Hola, hola, guetal, hier aus Fuerteventura, meiner geliebten Insel. Es ist jetzt Freitag, Nachmittag, Ende November. Keine Ahnung, 20.03, sowas rum. Ich brauchte kurz eine Pause. Ich hänge seit Wochen und Monaten jeden Tag im Büro, sieben Tage die Woche. Ist ja schön, wenn es läuft. Aber jetzt hat es mir gerade einen Vogel rausgehämmert. Und jetzt bin ich in fünf Minuten von zu Hause hergefahren. Und jetzt zeige ich Ihnen kurz schon, wo ich bin. An diesem unglaublich coolen Strand. Und ich bin tatsächlich alleine. Porto Lajas. Kleiner Geheimtipp. In diese Richtung, zwei Minuten im Auto, Porto del Rosario, die Hauptstadt. Das ist ein Sandstrand übrigens hier, dunkel gefärbt. Je schwärzer der Sand, desto höher ist der Anteil für so ein Mineral. Ein schwarzer Sandstrand. Okay, wir haben ab und zu zwischendrin so ein paar Kieselsteinchen. Aber da ich jetzt nicht ins Wasser gehe, ist mir das ehrlich gesagt egal. Aber ich kann entspannt genießen, das Meeresrauschen, die Stille, die Harmonie, die Ruhe. Das ist jetzt das, was ich brauche. Und da bin ich genau am richtigen Platz. Und jetzt leite ich die Batterien auf. Ich werde jetzt den Strand nach vorne laufen und zurück abschalten. Damit ich nachher wieder in alter Frische im Büro weiter abend kann. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende. Wenn Sie Zeit und Lust haben, schauen Sie bei mir im Portfolio rein auf meine Homepage. slowlaut-immo.com Da finden Sie von Neubau-Villen, direkt vom Bauteiger bis hin zu Finkgas, also Bestandsimmobilien, Häuser und sogar eine ganze Apartmentanleide als Immobilieninvestition. Alles Liebe. Tschüss.